Okay, da haben wir ne Höhle. Schaut irgendwie ein bisschen Scheiße hier so aus. So. Ich weiß auch nicht so ganz, was sich da der... Oh. Oh, okay. Oh, ein bisschen... Huh! Slow macht lustige Geräusche beim Laufen. Okay. So, jetzt sind wir hier. Wir könnten hier vielleicht mal ein bisschen abfällen, also Bäume wegmachen und dann vielleicht irgendwie noch andere Farms hier machen, obwohl ich das gar nicht so gerne im Sumpf machen möchte. Weil so viel Zeit im Sumpf... Also ich finde den Sumpf ein bisschen trist. Früher war ich totaler Sumpf-Fan hier. Aber mittlerweile nicht mehr ganz so sehr. So, wo sind jetzt hier noch Holzdinger? Oder war es das doch schon? Äh... Warum... Die spawnt das nicht. Da ist bestimmt noch irgendwo oben drin so blöder Holzkram. Äh... Naja, gut. Mach ich mal das hier weg. Das hier muss alles weg. Alles muss hier weg. Diese Kante ist auch irgendwie komisch. Wir haben uns schon immer so komische Stellen ausgesucht zum Bauen, habe ich so das Gefühl. Oh, jetzt bin ich da reingefallen. Nein! Die Sounds sind auch echt cool. So, äh... Bin ich jetzt irgendwie... Ist es jetzt schon wieder dunkel? Es ist gerade verwierend. Äh... Nein, wir haben Mittag. So, dann gucken wir hier mal so rum. Hm... Was geht hier so? Was könnte ich denn hier so bauen? Vielleicht mal... Ach, ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen idyll... Oh, hier haben wir ein Schäfchen. Das ist immer noch neckig. Das bringen wir jetzt mal ein bisschen hier... Komm mal mit hier. Ich zeig dir mal andere Schafe. Die findest bestimmt ganz scharf. Komm mal aus dem Wasser raus und komm mal mit mir mit. Komm. Komm mit. Wir bringen jetzt ein... Ein verlorenes Schäfchen. Ein verlorenes Schaf. Wir werden jetzt finden und zurückbringen. Wie in der Bibel. Da gibt es doch auch die Geschichte, wo ein Schaf irgendwie am Abhang ist und das dann zurück wieder zur Herde gebracht wird. Hallo. Kommst du. Hey du. Kommst du. Schaf. Hallo. Schaf. Komm. Sag mal, willst du mich verarschen? Nein, ich werde dich verschaffen. Komm. Hallo. Hallo, ich habe hier Walzen. Komm, jetzt. Hier, wir sind doch nicht... Dann, hau doch ab. So. Mach das einfach ein auf Rebell und lass mich hier so stehen. So. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Grand Canyon. Na toll. Und wieder mal traue ich mich bestimmt nicht da alleine rein. Ich muss wirklich mal mir wen mitnehmen. Ich hatte auch schon gewisse Vorstellungen. Aber die Kohle könnte ich mir mal hier holen. Ich muss ja auch mal was schaffen. Manch andere machen 800 Folgen Minecraft und ich... 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 Ja, ich habe hier total wenig nur. Das ist schon ein bisschen erbärmlich. So. Toll. Das ist jetzt natürlich richtig cool mit der Sonne hier. Das sehe ich natürlich alles total genau. Hilfe. Boah, die Sonne nervt mich gerade ganz schön. Ich muss, glaube ich, meinen Monitor... Moment. ...ein bisschen anders hinschieben. So. Ich hoffe, jetzt geht es besser. Äh, hallo? Ich habe Angst. Außerdem habe ich so das Gefühl, dass es gleich dunkel sein wird. Ich werde weg! Ich werde weg! Ich werde weg! Angst! Oh, ich glaube, es wird wirklich dunkel! Ich werde weg! Ich werde weg! Ich werde weg! Schnell nach Hause! Gott! Da vorne! Schaut euch mal das da an! Dieses Sch... Dieses Schaf! Ich dachte gerade, da steht jemand in der Diamant-Rüstung. Wow, das würde mich jetzt ganz schön fertig machen. Ich wundere mich allerdings gerade ein wenig. Habe ich auf peaceful? Jetzt muss ich doch gerade mal gucken, ob ich auf peaceful habe. Options? Peaceful! Ja, äh, tut mir leid. Ich wusste das nicht, dass ich peaceful habe. Aber ich habe jetzt peaceful wieder weg. Jetzt können wir mal gucken, ob nicht gleich was Schönes spawnt. Hm? Na? Monster! Let's spawn! Na? Na? Spawnt hier mal was? Hm... Jetzt wollen sie nicht. Oder ich bin durch die Sonne so blind. Na, gehen wir mal ins Bett. Vielleicht sehen wir ja am nächsten Tag gleich was brennen. Miau! Die wollen mich, glaube ich... Ah, da! Ja! Da haben wir doch schon was. Da ist ein Creepy Creeper. So, hier unten. Keine Ahnung. So, jetzt war ich da hinten kurz in der Höhle. Habe ein bisschen Kohle gefunden. Das ist ganz schön. Die Erfüllung ist es jedoch nicht. Da mal ein bisschen Weizen. Ja, Mietis, ne? Jetzt gehen wir erstmal hier drauf. Miau! 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 So... Äh, äh. Jetzt laufen wir mal da drüber. Auf Bäumen, glaube ich, kann ja auch nichts spawnen, soweit ich weiß, oder? Ah, hier habe ich mir so eine Treppe mal runtergebaut. Hui! Das ist lustig, ich bin Tata. So... Ich bin Shane. Äh, jetzt lande ich wahrscheinlich irgendwo... ...eine Bumper bei einem Creeper. Die Schabe, ein wenig Angst. Erstmal vorsichtig umhergucken. Ah, ich habe aber eine Idee, was wir jetzt mal machen könnten. Tata-da-da-da. Da hinten war noch ein Creeper, das weiß ich hier noch. Deshalb... Deshalb... Deshalb passen wir auf, am besten. Am besten, passen wir doch auf. So... Ist da vorne der Creeper? Nein, das ist... Das sind nur Kaktusse. Kaktusse, ey. Das sind total die Kaktusse. So... Da, wir gehen jetzt mal in diese... In diese... In das kleine Dörfli. Auf dem Gipfeli. Ja, ich kann das super. Aber... Könnte mal ein bisschen... Bisschen... Dings klauen. Ach, nee. Ich glaube, ab dieser Version... Da kommen Sanktionen von denen, wenn wir was klauen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Hallo. Emerald. Als hätte ich Emerald-Mensch. So... Was wollen die denn so? Das sind total die Emerald-Geilen. So, so viel habe ich dann auch nicht. Was war das? Wolle. Wolle, hätte ich daheim. Hätte ich das gewusst. Doch, Diamanten. Klar. Ah, da seid ihr Diamanten. Bücher. Du bist also so ein Buchwurm. Äh, so ein Bücherwurm. Was? Zehn Krabbeel und ein Emerald. Sag mal. Ihr seid ganz schön überteuert, ihr. So. Da haben wir ein Weiner... äh, ein... Winter... Biom. Dimm-dimm-disch. 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 Bis zum nächsten Mal.